ich habe die mit mit der skar komplett auseinander genommen skar meter fragezeichen das war schon fast verstörend skar mark 5 ok gerne 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 da sage ich nicht gegen vk visier ich glaube ich habe jetzt seine oden ja gut wenn du eine waffe dazu hast die gut ist ja ich habe eine skar und marco 9,1 zoll sonderkommando aber sonderkommando ist 9,5 der wirklich halte ich da nicht auf sps dabei verloren ob in die nächste runde des bruches ja also eine sache muss man jetzt ehrlich sagen kulaks müssen gewinnen was können wir nicht erlauben da sterben das sterben dann plötzlich runden von eventuell einfach nicht sterben ja gut das kann sie nicht immer verhindern aber ich finde kulak ist so etwas einfach nicht möglich ihm beim schießen zu sehen die jungs da hinten haben sich laut die mit dem geld werde das würde also ich habe mein laut praktisch so kulak token das klar weg die die runde lebt das natürlich noch einer ok die anderen boys die sind anscheinend in die richtung weiter und unser lord ist gerade alleine praktisch das ist sehr gut irgendwie sind akimbo rumlaufen ich mich für mich wie der letzte idiot boden ohne magazin kurz kurzen lauf und kein visier ja für im nahkampf geht die schon noch irgendwo klar natürlich quatschen ja ich bin halt komplett full nahkampf all right wo sind die das sind die ok ich habe ja wirklich auch so sehr gerade nach unten gedrückt bei so runter fliegt aber wenn wir jetzt gecrasht aber bei der gula beziehungsweise kommen da wollen wir zurückfliegen da war noch einer vorliegt einer irgendjemand schießt das lasst von hier aus nicht mit hubschrauber du bist einfach von oben alle schießen die ganze zeit auf uns cluster von norden ok er ist anscheinend nicht zu uns gekommen dass sie die laufen kann ich ach so stimmen und die snipen gut i don´t know why that´s good but du hast die trotzdem gechallenged i take it die dachten so nice ich hab die mit mit der scar komplett auseinander genommen jetzt sind hier oben zwei am shop ok reingelaufen ich komm mit alter ja gut ah ich bin dead schade oh nein ich wurde gestunt von mir wahrscheinlich nein jetzt wurde ich gestunt ok aber beide wait was wo bist du nicht ach da du hattest jaja wieder einstieg ich habe gerade so alleine gekämpft dachte ich digga also akimbo totaler quatsch ich stehe hier am eingang und er steht am anderen ende des raumes ja schade machste halt nix mehr schade unter mir nein jubbreak dead oh danke ich darf die marco gar nicht in der hand haben ich sehe ihn ja muss waffe wechseln bevor ich überhaupt schießen darf da ist jemand rechts fähig einen und links auch da unten sind schüsse wo ist das die müssen auch noch rein und da fliegt noch einer ja der hat nicht mal schild gehabt und hier schießt auch noch einer lass mal hier an den rand gehen oder da das wäre viel besser auch schade womit hast du den jetzt getötet mit der oden blöd ich finde es doch ganz gut wenn wir sagen wir mal wenn wir jetzt peak halten und das dafür sorgen dass keiner hier hochkommt ist halt schon erstmal ziemlich gut und mir werfen betäubungsgranate hab irgendwie was gestunnt ein knock wer ist denn der andere weiss ich auch nicht rechts bei mir oben hat hier oden die bockt wenn die schaden macht äh flugzeug oh der springt raus cheap break nice er wollte oben drauf landen ne die jagen uns wir jagen uns gegenseitig glaube ich also kann man nicht sicher sein aber sieht so aus wir wollen hier auf den berg ja ich würde einmal ganz kurz runter gehen und dann wieder hochfliegen nachdem ich den drohle gekauft habe aber ihr seht es aber hier ist einiges los ne in der gegend ja also ein bisschen los ne das darfst du nicht vergessen ja wollen wir einfach aufs bounty weil die sind weg schon die sind wahrscheinlich in der hütte ja darauf fliegen ist gefährlich ne wenn die herren ziehen das werden sie tun aber weiter du kannst schon mal fliegen was ist ein ziel für einen luftschlag ok das ist geil aber irgendjemand snipet auf mich viel weiter rechts bei den ruinen oder so oder davor ne ist wirklich weiter hin was ist jetzt passiert wow der hat mir eine hembau gegeben oben drin schade schade man da sind ja zwei teams ne ich glaube ja ich spiele lieber ruhig hier das ist mir zu viel los gerade dein ernst ok ob hier noch irgendjemand oben ist aber ich glaube nicht doch alter wie schnell bin ich gestorben ich guck mal ob noch jemand oben ist ich glaube nicht in dem moment werde ich so gef***t von zwei nein oh wow die haben ah ok konnte ich nicht sehen wir haben zusammen glaube ich genug oder ich habe es nicht gesehen nein nicht ganz ne ok hier liegen so viele loadouts Hilfe ich weiß nicht von wo und worauf ok auf das Haus ein magazin in meiner waffe nice wir müssen das pushen oder Bro ich komme hier einfach nicht hoch ne ok hast die Oden bei mir war noch ein Team ich hasse die Oden einfach ne woran stecke ich ach du vom Silo kommen jetzt noch zwei ja einer einer ich hab den dann wurde eine getötet ja let's go wow let's go ich würde hier rechts rum rotieren sehr gerne in den Ruinen ist garantiert jemand komm wir müssen die jetzt hier töten ich hab irgendwas mit meinem Tamit erwischt ok come on einer ist hier vorne an der Mauer einer da hinten hier vorne direkt ich sehe ihn leider nicht nice der andere kommt der ist hier ja den haben wir Sheepreak der fliegt der fliegt hab den hier gefinished der ist direkt unter uns hier ich sehe ihn kaum da unten der Snog die anderen schießen auf mich kommen wir hinter die Mauer ich hab Ballon hilft der uns? das ist 2 gegen 2 Bro zur Verwirrung hilft der uns das stimmt wohl äh Geld wegen Drohner beide oben war ein bisschen zu erwarten ne er geh rüber genau perfekt so ein bisschen aufteilen die haben wir jetzt grad natürlich Position that's for damn sure aber auch die müssen jetzt runter einer ist schon vor uns irgendwo hier runter ja müssen jetzt aufpassen wie wir das spielen der hinten snipet die ganze Zeit weiter ja ich bleib hier stehen erstmal ja ebenso müssen wir auf achten falls der andere irgendwann los geht fliegt dass wir den dann haben ja ich hab leider gar keine View ach da ist der andere ok weil viel weiter links ist der aber beide waren jetzt auf meiner linken Seite hab einen stark nur genockt der andere lebt let's f*** go yeah ja man let's go Chip Junge oh boah die Skat richtig überzeugt die andere Waffe wollen wir nicht überreden die war schrecklich boah 10 und 11 Kills mwah Junge haha